Musik Ich bin Fabian und bin 10 Jahre alt. Ich bin Jakob und bin 9 Jahre alt. Und wir gehen in die Volksschule St. Lorenzen und wechseln in die 4. Klasse. Meine Hobbys sind Musik machen, Fußball spielen und Bowdoin. Meine Hobbys sind Musik machen und Fußball spielen. Unsere Lehrerin hat uns vom Kinderrecht gesorgt und es erzählt. Und wir waren sofort Feuer und Plane. Wir haben uns an den Schreibtisch gesetzt und haben sofort angefangen zu schreiben. Unser Lied handelt vom Recht auf Bildung und Schutz vor Gewalt. Uns ist wichtig, dass jedes Kind in die Schule gehen darf und dass kein Kind in irgendeiner Form verletzt werden darf. Zusammen sind wir stark, alle gemeinsam. Zusammen sind wir stark, jeder macht mit. Zusammen sind wir stark, keiner wird einsam. Zusammen sind wir stark, das ist dein Licht. Zusammen sind wir stark, das ist ein Licht. Zusammen sind wir stark, über die Hochzeile.